Ich bin Annika Löfgren, Logistikmanagerin bei Jysk für die Region Nordost. Ich arbeite im Distributionszentrum in Nesjö in Schweden. Wir stehen hier in einem neuen Gebäude, das SSI Schäfer für uns errichtet hat. Es handelt sich um ein neues Hochregallager mit insgesamt 76.000 Palettenstellplätzen und einer sehr hohen Kapazität. Wir haben uns für SSI Schäfer entschieden, weil wir im Rahmen von früheren Projekten in Dänemark und Polen bereits erfolgreich zusammengearbeitet haben. Für uns war es daher keine Frage, weiterhin mit dem Unternehmen zu kooperieren. Das Projekt hier in Schweden läuft bisher hervorragend, ist jedoch noch nicht ganz abgeschlossen und es müssen noch einige Tests durchgeführt werden. Ich bin sehr zufrieden mit der partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Ich bin sehr glücklich mit dieser Kooperation mit der SSI Schäfer. Schäfer. Eine weitere Zielsetzung bei diesem Projekt war es zudem, unser Lagerverwaltungssystem durch ein neues zu ersetzen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020